Nach dem ganzen Feedback von dem letzten meine Top 5 Video, danke nochmal dafür, habe ich mich dazu entschieden noch eins zu machen. Im Endeffekt habe ich mich für meine Top 5 Wii U Spiele entschieden, welches aber echt sehr schwer war, weil viele Spiele davon auch auf die Switch kommen oder auch auf den 3Ds waren. Ich habe mich für die Spiele entschieden, wo ich die Wii U Spiele einfach besser fand. Naja, auf den 3Ds waren die Ports eh meist nicht wirklich anders als das Original. Was ich mit dem ganzen Gelaber sagen will, ist, dass viele Spiele auf der Liste auf anderen Konsolen geportet wurden oder werden. Nachdem wir um den heißen Brei herum geredet haben, begrüße ich euch endlich, meine Buckefreund und Buckenennten, zu meiner Top 5 Wii U Spiele Liste. Viel Spaß! Platz 5 für Super Mario 3D World. Ich finde das Spiel einfach richtig gut und es ist auch sehr animativ. Und es ist einer der wenigen Spielen, wo ich sage, dass der Multiplayer-Modus echt richtig spaßig ist. Aber wenn man keine Freunde hat, so wie ich. Macht es allerdings auch alleine Spaß, also keine Sorge. Mir fällt gerade wirklich nicht mehr ein, was ich zum Spiel sagen könnte. Aber es ist wirklich empfehlenswert und jeder, der eine Wii U besitzt, ruft euch bitte keine Wii U im Jahre 2018, lol. Hat das Spiel oder sollte es besitzen. Platz 4 ist Captain Toad's Treasure Tracker. Ich bin ein Kleiner, aber feiner Fan von Puzzlespielen und derartiges. Und Captain Toad's Treasure Tracker ist echt richtig cool und es hat sehr viele Level. Jeder Spiel funktioniert, man hat in den meisten Leveln einen kleinen Kasten, welches das Level ist, und man muss den Weg zum Stern finden. Ich finde es einfach echt spaßig und auch ein richtig gutes Spiel. Außerdem kann man das ein wenig auch in Super Mario 3D World spielen. Hehe, Fun Facts! Kapitän Toad's Abenteuer kommt von Super Mario 3D World. Hehe, hehehe. Platz 3 ist ein Spiel, was wirklich vorauszusehend war. Super Smash Bros. 4, oder einfach nur Wii U. Ich möchte ungern erklären, wo es Smash Bros. ist, weil es eigentlich jeder wissen sollte. Im Kurzen, es ist ein Fighting Game. Das Spiel ist wahrscheinlich eines der besten, wenn nicht sogar das beste Fighting Game Genre. Was ich am meisten an den Teil der Reihe mag, sind die vielen Charaktere, sogar welche, die man nicht erwartet hätte. Und die größtenteils tollen Maps. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Ice Climbers weg sind. Nur weil die 3DS-Version von Smash es nicht aushielt. Rip Ice Climbers. Wir hoffen, dich wieder in Smash 5 zu sehen. Das nächste Spiel finden bestimmt manche Leute nicht so gut, aber ich finde es einfach spitze. Super Mario Maker. Ich finde die Idee einfach richtig geil, seine eigenen Mario Bros. Level zu bauen. Naja, ein wenig eingeschränkt. Aber das reicht in den meisten Fällen. Viele Leute mögen es nicht, weil sie es nach der Zeit langweilig finden. Aber ich finde es trotzdem echt nice und es werden mehr oder weniger aktiv noch Level gebaut. Ich würde auch schon fast sagen, ein Must-Have für jeden View-Besitzer. Außerdem habe ich da auch ein paar Level und vielleicht baue ich ja demnächst auch mal ein paar wieder. Adi und Link zu meiner Bookmark-Seite in der Beschreibung. Das meine ich ernst, dass ich ein Remake auf dem ersten Platz lege. The Legend of Zelda The Wind Waker ist nicht nur eins der besten Gamecube-Spiele, sondern auf der Wii U ein echt gutes Remake. Außerdem ist es mein Lieblings-3D-Zelda-Spiel bisher. Ich mag Breath of the World, aber die Switch-Raison mag ich einfach mehr, sorry. In Wind Waker bereist man die Meere, sucht nach Schätzen und noch vieles mehr. Es gibt bestimmt Leute, die hier Twilight Princess oder so gerne gesehen hätten, aber ich habe die noch nie gespielt, weshalb ich dazu leider nichts sagen kann. Wenn sich meine Meinung echt stark ändert, mache ich in ein paar Jahren ein neues Top-Win-View-Spiel-Video oder so. Äh, ich bin etwas abgewichen. Also Wind Waker, finde ich, hat seinen Platz dort verdient. Auch wenn es nur ein Remake ist, es ist ein Remake von einem besonderen Spiel für mich. Es tut mir leid, wenn ich viele gute Spiele nicht dabei habe. Ich habe auch versucht, das Gameplay ein wenig zu verbessern. Die Gameplays sind von Nintendo und Domtendo, welche alle in der Beschreibung verlinkt sind. Ihr könnt mir gerne eure Top-5 in die Kommentare schreiben und ihr könnt auch gerne das Video liken und meinen Kanal supporten durch ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und die richtig coolen Dudes können auf meinen Disco-Server rauf oder meinen Twitter und meinen Twitch-Up checken. Damit haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!